Gehst du gleich wieder Kathi Hallo sagen, ja? Kathi, Knödelfreund ist gekommen. Ja, Knödelfreund hat auch wieder Heuchy mitgebracht. So, ich habe euch da schon mal Nüssis hingestreut, ne? Hat der Heuchy doch, glaube ich, sogar schon gesehen. Kali, die wollen nicht mit dir spielen. Ne, glaube ich nicht. Geht ihr schon wieder? Oh, Wiedersehen.